Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin da. Ja, jetzt. Und wo warst du in der Nacht? In der Nacht war ich auch da. Wirklich? Warst du? Es war nämlich nicht sehr hilfreich. Was hätte ich denn tun sollen? Du hast sie doch gehört. Du hast alles mitbekommen, wie respektlos sie zu mir waren. Die ganze Nacht lang. Und du? Was? Hast du? Hab ich was? Hast du Rücksicht genommen? Ich soll mich eigentlich verarschen? Wann kann ich eigentlich auf dich zählen? Hm? Auf der Hochzeit war es nämlich nicht anders. Ich weiß. Ah. Aber du hast nichts gesagt. Nicht einmal mit der Wimpern gezuckt. Nichts. Stimmt. Ich hätte auch ein Glas werfen können. Stell dir mal vor, wie die geguckt hätten. Aber ja. Von mir aus hättest du auch das machen können. Aber hast du nicht. Was machen wir eigentlich hier, wenn ich dir so egal bin? Du triffst die Entscheidungen. Du kannst jederzeit zu ihm zurückgehen. Ich habe mir das alles auch anders vorgestellt. Hast du es denn hier anders versucht? Wie denn? Seit ich dich kenne, warst du immer unglücklich. Immer. Wenn es nicht so war, wie du wolltest, warst du enttäuscht. Und wenn es so war, wie du es dir gewünscht hast, hattest du die Angst, es zu verlieren. Alles ist und bleibt deine Entscheidung. Ich liebe dich. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020